Heute machen wir die perfekte Hausfrau aus euch mit Orobia TV. Nein, keine Sorge, das würden wir in der Kürze der Zeit wahrscheinlich auch gar nicht hinbekommen. Wir konzentrieren uns lieber auf ein paar Haushaltstipps, die euch als Mütter von Babys oder kleinen Kindern ganz besonders helfen können. Ein großes Thema sind ja Flecken, vor allem die, die Babys verursachen mit ihrem Brei. Und unsere heutige Expertin ist selbst zweifache Mutter und Hauswirtschafterin. Hallo Bettina Kruber. Hallo auch. Möhrenbrei ist ja sehr beliebt am Anfang, aber auch, ich würde mal sagen, sehr präsent, wenn was daneben geht. Wie bekommt man den denn wieder aus der Kleidung heraus? Ja, auf den Fleck ein bisschen Speiseöl oder Babyöl eingerieben. Ja. Dann kurz vor dem Waschvorgang nochmal wiederholen, ab in die Waschmaschine, trocknen lassen, Fleck ist raus. Super, dann ab in die Waschküche mit uns. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. So, das Baby hat sich ordentlich eingesaut. Den Fleck würde ich gerne Ihnen überlassen. Ja, dann machen wir erstmal grob die Möhrchen beiseite hier. Einfach eine Küchenrolle? Ja, das lohnt sich sogar richtig. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen Küchenrolle. Ein bisschen Babyöl oder Speiseöl. Mhm. Und werden damit den Fleck einreiben. Warum mit Öl? Das Öl zersetzt dieses Beta-Carotin, den Farbstoff. Mhm. Und damit geht das eigentlich sehr, sehr gut raus. Mhm. Das Ganze vielleicht nach 10, 15 Minuten nochmal wiederholen. Okay. Öl drauf. Mhm. Und dann das Kleidungsstück einmal in die Waschmaschine. Waschen, trocknen und fertig. Mein Sohn hat heute Morgen Erdbeermarmelade gefrühstückt. Und ich finde ja, die Roten wären immer besonders hartnäckig. Was machen Sie denn dagegen? Ja, die sind auch sehr hartnäckig. Aber da gibt es auch ganz einfache Sachen. Ein bisschen Essig auf den Fleck oder mit Zitronenkonzentrat oder Zitronenscheibe einreiben. Mhm. Das Ganze dann in die Waschmaschine. Waschen, trocknen und fertig. Im Krabbelalter geht es dann los, dass die Hosen so aussehen und Grasflecken abbekommen. Ja. Was machen wir da? Da können wir mit Babyshampoo drangehen. Aha. Oder überhaupt Shampoo, muss nicht extra für Babys sein. Oder immer wieder gern Galsäife. Galsäife kann man für verschiedenste Flecken nehmen. Mhm. Auch hier den Fleck behandeln. Richtig einreiben. Sehen Sie ja vorne so ein schönes Bürstchen dran. So, wenn wir alles gut abgedeckt haben, kommt auch dieses Kleidungsstück mit in die Waschmaschine. Dann waschen wir die Wäsche wie gewohnt bei 30, 40 Grad, stellen die Maschine an und lassen den Rest die Maschine machen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Ihre Tipps auch wirklich helfen. Ja. Dann nehmen wir uns doch zuerst mal die Grasflecken, die nicht mehr da sind. Tatsächlich. Wunderbar. Mh, ausgegangen. Dann haben wir die Karottenflecken. So gut wie nicht mehr zu sehen. Die Reste, die noch sind. Man kann diese Hose jetzt, oder sollte man, auf jeden Fall in die Sonne hängen. Aha. Und durch die Sonne verschwinden auch die ganz kleinen Schattierungen noch von den Hörchen. Würde ich meinem Kind auf jeden Fall noch anziehen. Auf jeden Fall. So, und dann haben wir hier noch die Marmelade. Auf der Schlafanzughose. Auf der Schlafanzughose. Nicht mehr zu sehen. Die ist auch komplett fick. Toll. Das klappt tatsächlich. Ja, wunderbar. Bisher hatten wir ja nur die Flecken auf der Kleidung. Aber wenn die Kinder größer werden, dann kommt auch schon mal ein anderer Untergrund dazu. Zum Beispiel werden gerne Wände angemalt. Oder aber auch Möbelstücke bekommen schon mal Filzstift ab. Und das finde ich immer sehr ärgerlich. Was kann man denn da machen? Ja, so schön die Motive auch sein mögen der Kinder. Aber in dem Fall, da nimmt man am besten einen Nagellackentferner. Bitte aber nur bei Möbeln, die nicht lackiert, also mit Lack überzogen sind. Weil Nagellackentferner der Lack geht dann auch flöten. Also probieren wir das mal hier mit dem Nagellackentferner. Was könnte man denn nehmen, wenn der Tisch lackiert ist? Da entweder Spiritus, Brennspiritus, Gallseife könnte man probieren. Aber bei diesen ganz lackierten Sachen ist es immer doch recht schwierig, den Fleck zu entfernen. Gallseife ist so ein Wundermittel, oder? Gallseife ist fast ein Allheilmittel. Aber das geht ja richtig gut weg. Man muss ein bisschen schrubben, aber man kriegt die Farbe auch da von den Möbeln runter. Wenn es nur kleine Flecken sind, geht es ja auch relativ schnell. Bei großflächigen Wänden würde ich dann doch eher sagen, neu tapezieren oder streichen. Oder die Möbel abschleifen, wenn es zu viel sein sollte. So, das ein bisschen wiederholen noch. Aber man sieht schon, man kriegt hier die Flecken recht gut raus. Gut, dann Legosteine, die werden zwar meistens nicht extra angemalt, aber die leiden nach der Zeit doch auch und werden schon ziemlich schmutzig. Und gerade bei den kleinen Legosteinen hat man ja auch keine Lust, die einzeln zu waschen. Was kann man denn da machen? Ja, dann nimmt man sich einen Bettbezug, einen Kopfkissenbezug vielmehr, und nimmt diese leicht lidierten Legosteinchen alle einfach rein. Einen kleinen Knoten oben rein und das Ganze einfach in die Waschmaschine. Aha, und wozu macht man die in den Kissenbezug? Die Waschmaschine sollte dann noch ein bisschen länger halten, damit die nicht alle rumfliegen, einfach in den Kissenbezug. Und ich finde auch immer Wachsmalstifte, die sehen nach einer Zeit auch immer so ein bisschen, also die Gelb sieht jetzt eher schon grün-blau aus. Ja. Wie bekommt man die denn wieder sauber? Ja, da könnte man Öl nehmen, ganz normal Öl. Aha. Dann können wir es vielleicht mal sehen. Mit der Küchenrolle wahrscheinlich, ne? Mit der Küchenrolle. Machen wir erstmal ein bisschen, gehen wir hier drüber. So, dann kann man den mal reinlegen. Und da sieht man auch schon, dass dort alles Überflüssige in der Küchenrolle hängen bleibt. Okay. So sieht man die wieder, auch da ein bisschen Geduld, ein bisschen Arbeit ist schon dabei. Aber besser als neu kaufen, oder? Auf jeden Fall. Das war doch ein guter Schlusssatz sozusagen. Ja. Dankeschön, Bettina Gruber. Ja, bitteschön. Gerne. Unsere Haushaltszauberin. Jetzt wisst ihr, wie ihr eure Sachen retten könnt, die Kleider und die Spielsachen. Probiert es einfach mal aus. Ich wünsche euch viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.